Hallo zusammen! Es ist soweit. Es wurde ein erstes Tesla-Robotaxi gesichtet und zwar in L.A. Darüber wollen wir ausführlich sprechen und wir reden auch über andere interessante Tesla-News. Bleibt also dran. Vorher gibt's wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla und Carbonify. Bei Carbonify könnt ihr Geld für euer E-Auto über die THG-Quote bekommen. Viele Anbieter in diesem Bereich haben einen schlechten Ruf. Carbonify ist hier anders, denn sie bieten Transparenz. Hier wisst ihr ganz genau, was ihr tatsächlich bekommt. 80 Euro sind als Mindestauszahlung garantiert. Der Gesetzgeber hat übrigens die Antragsfrist für die THG-Quote vorgezogen. Deswegen können Anbieter wie Carbonify nur noch bis zum 15.11. beim Umweltbundesamt die Quoten für euch einreichen. Schaut also bei Carbonify und beim Alex vorbei, den ihr vielleicht von elektrisiert kennt. Der ist einer der Unternehmensgründer von Carbonify, kommt aus der Community und ich glaube die Trustpilot-Bewertung, die spricht bei Carbonify für sich selbst. Und ihr unterstützt den Kanal, wenn ihr über den Link unten in der Beschreibung geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier über aufregende Tesla-News. Heute gibt es wirklich sehr viel Aufregendes zu besprechen. Vorab erstmal eine Info. Ich führe heute Kanalmitgliedschaften ein. Die ersten Mitglieder bekommen tolle Geschenke und ich werde ihnen auch richtig Mehrwert bieten. Was bedeutet das für die Tesla-Welt, den Podcasts und die News-Videos? Eigentlich nichts, die gibt es nach wie vor für alle zugänglich. Aber für die Hardcore-Fans unter euch da draußen gibt es über die Mitgliedschaften noch etwas mehr. Schaut also mal auf dem Kanal unter Mitgliedschaften rein. Ich erkläre euch das da auch nochmal ausführlich in einem Video. Kommen wir aber zu dem Grund, warum ihr alle da seid, den Tesla-News. Und bevor wir uns das Robotaxi anschauen, reden wir erstmal über ein anderes spannendes Thema und zwar Tesla Wireless Charging. Also das kabellose Aufladen bei Tesla. Anlass dazu gibt uns Rebecca Tinucci. Die war bei Tesla in führender Position zuständig für das Laden. Sie ist nicht mehr bei Tesla, aber hat hier folgendes gepostet. Kabelloses Laden für Tesla, schreibt sie. Sind sie dabei oder nicht? Und dann verlinkt sie auf einen interessanten Artikel von thestreet.com. Den schauen wir uns genauer an. Da schreiben die, einem aktuellen Bericht von Electric zufolge hat Tesla vier Patente bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum, der WIPO, angemeldet. In den Patentanträgen werden die verschiedenen Komponenten des kabellosen Ladesystems detailliert beschrieben. Ausgehend von den Zeichnungen stellt sich Tesla eine Situation vor, in der die Besitzer der Autos keine Ladekabel mehr berühren müssen. Ja, und das ist ein Thema, das interessiert natürlich viele Menschen da draußen. Und ich erkläre euch gleich, warum das für Tesla höchst relevant ist. Und auch wenn ihr eigentlich denkt, das Einstecken des Autos ist doch gar kein großer Aufwand, so will ich euch gleich erklären, warum das für Tesla ein höchststrategisches Thema ist. Wireless Charting gilt als höchst kompliziert, denn es ist eben mit viel Ineffizienz verbunden. Ein Kabel performt hier in der Regel besser. Aber Tesla hat in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie das Unmögliche möglich machen. Und Rebecca Tenucci hat selbst beim Tesla-Investorentag genau über das geredet. Damals sagte sie, Zitat, Und noch eine Sache. Ja, wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen. Und ja, wir wollen sie mit erneuerbaren Energien betreiben. Aber wir sind Tesla. Wir wollen also auch sicherstellen, dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unglaubliche Ladeerlebnisse zu bieten. Und das sagte sie mit einem Hintergrundbild auf ihrer Präsentation. Da stand nämlich damals, wir sollten nicht vergessen, auch die coolen Sachen zu tun. Und neben dem Tesla-Diner konntet ihr damals auf dem Bild ein Ladepad unter einem Tesla sehen. Das war also ein ganz klarer Hinweis, dass Tesla daran arbeitet. Und kürzlich sagte vor wenigen Wochen Franz von Holzhausen bei einem Interview mit Jay Leno, Zitat, Wir arbeiten am induktiven Laden. Da braucht man gar nichts mehr einstecken. Man fährt einfach über das Pad in der Garage und fängt an zu laden. Werfen wir vielleicht kurz noch einen Blick auf den Artikel von Electric, denn der hat ja über diese Patente berichtet. Hier sehen wir auch erste Bilder, wie das Ganze aussehen könnte. Und das sieht dem schon sehr ähnlich, was Rebecca uns damals auch während der Präsentation schon gezeigt hat. Jetzt erkläre ich euch gleich, warum das für Tesla strategisch wichtig ist. Denn Fred Lambert von Electric, der schreibt hier in dem Artikel, dass er über dieses Produkt gar nicht so begeistert ist. Es sei ja gar nicht so schwierig, abends das Auto anzustecken. Und so ein System, das kostet wahrscheinlich viel Geld und ist im Zweifel dann ineffizienter. Wenn ihr mich fragt, geht es darum aber eigentlich nicht, In welche Richtung das gehen könnte, zeigt ein Post von Green the Only. Der schaut sich immer ganz genau den Code bei Tesla an und der schreibt, hm, also anscheinend bekommt das Project Garfield Charging Pad, Project Garfield ist wohl der interne Codename dafür, eine spezielle Autopilot-Unterstützung, wo die Rückfahrtkamera versucht, das Pad zu lokalisieren und das Auto wie beim Selbstparken dann genau die richtige Ladeposition findet. Er ergänzt das noch und schreibt, um ehrlich zu sein, entsteht im Code nicht kabelloses Charging Pad, sondern einfach nur Charging Pad. Das ist also alles, was wir bisher wissen. Und das schließt nicht aus, dass es immer noch eine direkte Verbindung zwischen dem Auto und dem Charging Pad dann gibt. Sonst hätte Tesla vielleicht Wireless geschrieben, vielleicht aber auch nicht. Und ihr seht an der Information, dass Tesla hier auch das Auto autonom mit einbindet, um die richtige Ladeposition zu finden, in welche Richtung dieses Charging Pad eigentlich geht. Es geht ums autonome Fahren. Es geht nicht darum, dass ich keine Lust habe, mein Kabel einzustecken. Das ist ein schönes Plus. Es geht aber eigentlich darum, dass mein Auto laden kann, auch wenn ich gar nicht da bin. Und im Hinblick auf das Robotaxi und das Robotaxi-Event ist dieses Wireless-Charging für mich ein essentieller Bestandteil, der bei Tesla kommen wird. Natürlich ist es cool und praktisch, das nehmen wir gerne mit, Aber notwendig ist es eben auch, wenn man ein Robotaxi hat, das selbst aufladen muss. So, und jetzt kommt noch eine steile These von mir zum Schluss. Ich denke, Tesla wird uns dieses Charging Pad am 10.10. präsentieren. Ich kann mich selbstverständlich auch täuschen. Schreibt mir gerne eure Theorie dazu unten in die Kommentare. So, dann hat Tesla ein Update der Supercharger-Karte veröffentlicht. Auch das postete Tesla auf Exis schrieben, eine detailliertere Übersicht über die kommenden Supercharger-Standorte ist jetzt verfügbar. Dazu gehören Standorte, die sich im Bau befinden oder demnächst gebaut werden. Wir planen, dies monatlich zu aktualisieren, um ihnen Transparenz über unsere kurzfristigen Wachstumspläne zu geben. Und das ist eine schöne Änderung. Denn Tesla hatte in der Vergangenheit die Supercharger-Karte maximal zweimal im Jahr geupdatet. Das war immer so Ende Januar und dann später im Herbst nochmal. Schön, dass sie diese Updates jetzt regelmäßig, also sogar monatlich machen wollen. Das gibt uns allen eine bessere Übersicht. Reden wir jetzt über den Elefanten im Raum. Und das ist die Sichtung des Robotaxis in L.A. Es gab viele Poster zu, einen von Matthew, den picke ich jetzt hier mal raus, der schrieb, Wow, Tesla testet dieses stark getarnte Cybercap-Robotaxi auf dem Gelände von Warner Brothers. Wir werden die Enthüllung am 10.10. sehen. Vielleicht erst mal vorab. Warum auf dem Gelände von Warner Brothers? Das liegt daran, dass Tesla auf diesem Gelände das Robotaxi-Event abhalten wird. So viel wissen wir schon. Das ist ein sehr weitläufiges Gelände mit einer Kinokulisse und einer künstlichen Stadt darauf. Und was könnte besser geeignet sein, als ein Robotaxi-Event in einer künstlichen Stadt abzuhalten, wo ihr gleich Testfahrten machen könnt und das Ganze sehr schön demonstrieren könnt. Schauen wir uns das Robotaxi jetzt aber mal an. Wenn man reinzoomt, dann wird es ein bisschen pixelig, aber man kann doch einige Sachen erkennen. Zum Ersten hat Tesla diesen Prototypen schon mal in schönem Taxigelb gemacht. Dafür ist es dann aber auch sehr, sehr hart getarnt. Die Form ist eigentlich fast nicht zu erkennen. Schauen wir uns das mal genauer an. Die Scheinwerfer. Die schauen aus wie beim aktuellen Model Y. Daran sieht man ganz eindeutig, dass es ein Tesla ist. Dann ist mir als nächstes aufgefallen, dass das Fahrzeug hinten sehr viel breiter wird. Zumindest schaut das auf dem Bild so aus. Schaut euch mal die Stelle an zwischen der Tür und dem Hinterrad. Für mich schaut das so aus, als verbreitere sich das Fahrzeug hier. Und überhaupt, was sind das für Riesenschlappen da hinten drauf? Die schauen sehr viel größer aus als die Räder vorne. Und wenn ihr eine These habt, warum dem so ist, dann schreibt es jetzt unbedingt unten in die Kommentare. Das ist schon sehr interessant, wie das Ganze ausschaut. Und ich bin mir sicher, ihr habt gute Ideen, warum dem so ist. Ja, dann seht ihr an der B-Säule, dass die Kamera hier frei ist. Auch daran erkennt man den Tesla. Und dann bestätigt sich uns hier noch eine Sache. Das Auto hat definitiv nur zwei Türen. Damit bestätigt sich die These, dass Tesla hier einen Zweisitzer präsentieren wird. Wenn sie nicht, vielleicht dann doch noch mehrere Taxi-Modelle vorstellen. Ja, und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Auch wenn ich glaube, dass der Aufbau, den ihr da hinten seht, vermutlich nur der Tarnung gilt, so denke ich doch, dass hinten sehr, sehr viel Platz sein wird. Schaut euch das nochmal genau an hier. Die Länge, die ihr vom Beifahrersitz bis hinten ans Heck habt. Das ist schon ganz schön viel. Dementsprechend denke ich, dass hier ein großer Kofferraum zu erwarten ist mit sehr viel Stauraum. Gerade wenn ihr bedenkt, dass das Auto ja hinten auch nochmal eine ganze Ecke breiter zu sein scheint. Und dann hat das Robotaxi höchstwahrscheinlich auch noch einen Frunk. Macht alles Sinn? Höchst spannend, dieses Foto hier zu sehen. In unter einem Monat haben wir den 10.10. Das wird ein Fest. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dann abonniert gerne auch den Kanal. Die Tesla-Community, die geht übrigens gerade völlig steil wegen diesem Bild. Ein besonders schönes Beispiel dafür wollte ich euch hier gerade noch zeigen. Hier ein Post dazu von jemandem namens VK. Der berechnet die Länge und die Breite des Fahrzeugs. Und zwar anhand des Stopp-Schriftzugs, den ihr auf der Straße seht. Diese sind nämlich genormt und haben eine ganz bestimmte Länge und Breite. Dazu nimmt er dann die Pixel des Fotos und berechnet uns daraus die Länge und Breite des Tesla-Robotaxis. Laut seiner Berechnung hat es eine Länge von 3,35 Meter und eine Breite von 1,52 Meter. Ob das stimmt, das sehen wir dann am 10.10., wenn Tesla uns überhaupt die Länge und Breite an dem Tag verrät. Ja, dafür liebe ich die Tesla-Community. Es macht immer wieder Spaß, solche Sachen sich anzuschauen. Schreibt mir eure Gedanken, schaut euch mal meine Mitgliedschaften an. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen und hören uns ganz bald schon wieder. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.